Das Sig Sauer Sturmgewehr, das den legendären M4-Karabiner ersetzen wird. Das XM7, entwickelt von Sig Sauer im Rahmen des Next Generation Squad Weapon-Programms, ist darauf ausgerichtet, den von Colt hergestellten M4-Karabiner innerhalb der US-Armee abzulösen. Dieses Sturmgewehr führt Innovationen ein, darunter einen frei schwebenden, verstärkten M-Look-Handschutz, der die direkte Montage von Zubehör an negativen Befestigungspunkten ermöglicht. Ähnlich wie andere Waffen im Spiel, auf die in meiner Beschreibung Bezug genommen wird, stellt das XM7 eine Antwort auf fortschrittliche Rüstungen dar, die die Effektivität herkömmlicher Munition auf dem Schlachtfeld verringert haben. Die US-Armee plant den Erwerb von 107.000 dieser Gewehre für Infanterieeinheiten, Kavallerieaufklärer, Pioniere, Vorwärtsbeobachter und Sanitätspersonal.